Ich will eigentlich meine Plattform weiter jetzt anfangen zu bauen, für mein Schloss. Oh! Oh! Haha! Oh! Scheiße! Das war wieder! Oh! 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 Ein Dach! Und warum sind hier Hühner? Okay, wo ist mein Schwert? Now! Niemand bricht hier einfach aus. Wir haben zwei Betten mittlerweile, wie ihr seht. Oh, gucken wir mal eben uns ganz kurz um, was es hier neu gibt. Die frische Morgenluft. Alter! Alter! Wie so ein Cracker. Ein Cracker? Hä? Ihr seid ja nackt! Ah, da ist die Öko-Festung, ja die ist ja nicht so toll, also Öko-Festung nicht so meint. Flame, Flame! Das Einzige, was ein bisschen dumm war, war, dass man diese Erde unbrauchbar gemacht hat, indem man da ins Zaun draufgeklebt hat. Aber egal! Wollen wir das nicht kritisieren, ne? Ja, da muss ich mal weiter bauen jetzt. Ich wollte aber gucken, ob da oben... Ich wollte gucken, ob da oben Schnee liegt. Ich glaube, da liegt Schnee, Leute. Keine Ahnung, was die dahinter machen. Steht da was Neues? Okay, ich will jetzt unbedingt gucken, ob da oben Schnee ist. Ähm... Ich will jetzt unbedingt gucken, ob da oben Schnee ist. Ich will unbedingt gucken, ob da oben Schnee ist. Hören! Warum rede ich jetzt so? Ich bin manchmal ein bisschen behindert, habe ich das Gefühl. So, ich überlege dann, ob ich dann nochmal den YOLO-Moder-Dolo-Sprung mache. Wobei, ob das so ne gute Idee ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich echt nicht. Ich will eigentlich meine Plattform weiter anfangen zu bauen, für mein Schloss. Ich hatte einen Herzinfakt bekommen. Ich hatte einen Herzinfakt bekommen. Ich krieg zu viel, Mann. Dann sind wir einfach auf dem Weg nach oben. Monster. Wie baut man den Schnee ab? So glaub ich nicht. Ich lass jetzt den Schnee, der noch da ist, über. Ich weiß nicht, wie man den Schnee abbaut. Na, und nochmal. Yodo. Monadodo. Oh. Alter. Das war vielleicht gerade ein Schock für mich. Oh cool. Eine Glasflasche. Wir machen erstmal was zu essen. Ja, mir spielt ziemlich häufig die Elfenlied-Melodie im Hintergrund. Ich hab eigentlich ziemlich viele Lieder in dieser Playlist. Ich glaub 50 Stück oder so. Und immer kommt ein Elfenlied. Das ist sicher gewollt. Kurz einmal voll essen. Kurz von den Schock verdauen. Der gerade mir passierte. Die Slabs mitnehmen, die ich letztes Mal... Ich weiß nicht, ob das noch meine sind. Ich hab ja welche abgebaut gehabt. Ich hab jetzt Angst vor dem Turm übrigens, ne? Wisst ihr Bescheid? Ah. Hier wird Distrikt 137 entstehen. Oh, da wollte ich noch mal was gucken bei Twitter. Was hat das mit Diss137 auf dich? Sag ich nicht. Hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä... Sag ich nicht. Ähm... Mach einen Comic-Song-Generator für die Leute, die... den nicht kaputt... Was? Mach... einen, ja. Serkan Al-Bayrak Bist du ein Kingdom Hearts Fan wegen der Musik und hättest du Lust, dieses zu Let's Playen? Ich habe mal Kingdom Hearts 2 Let's Played Kinders Muss man da alles beibringen? Ich hab wirklich, ich glaube, das war 2 Ich hab auch einen Teil Let's Played Ich denke, das war 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ich will aber, dass das 10 sind So Ich muss echt aufpassen hier 1, 2, 3 4 5, 6, 7, 8 Fuck Wollen wir halt hier rum, mein Gott Weil wir es können, Bitches Das war jetzt, sollte schon reichen Erstmal Und dann ist wieder in die Richtung Ich will erstmal den Außenring machen Bevor ich jetzt Groß plane Zack und zack Und zack und zack Reicht das? Reicht das? Yo Und jetzt in die Richtung Und jetzt in die Richtung So, das war's Ich will echt nicht runterfallen So Ich brauch halt eine neue Spitzhacke Ich brauch erstmal die hier Ab, solange bis sie ab ist Selbst diese Logik Ist schön So Ich werde auf die ganzen Fragen und Wünsche Sobald ich die Plattform habe Langsam eingehen Hat zum Beispiel Was mit einem Kommission Generator geschrieben Würde ich natürlich jetzt gerne bauen Aber ohne die Grundplattform Bringt mir das herzlich wenig, Leute Außerdem haben wir keine Lava mehr Sobald ich das weiß So was ein bisschen traurig ist Ihr auch So Zehn haben wir Ich brauchte aber zwölf Also das wäre Okay Dann hab ich mir schon eine gerade Zahl So ein bisschen Das ist aber 13 Das ist wieder ungerade So scheiße So Hier war doch vor Ich war doch letztes Mal noch der Ah da Ich bin ein bisschen dumm heute Zack 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 Okay 18 Stück Damit bauen wir schon mal kurz den Außenriss fertig Na wupp Aber jetzt aber Und da lang Und da lang Und da lang Gleich haben wir es Oh Gott Oh Gott Ich schlau wieder Hähnchen Das mache ich für Gereiche Ich sollte auch wenn So schwitze reden Aha Ich werde mal gucken Ob es neue Hashtags sind Moment Der Kim Möchte Kim Kim Einfach eine Festung Da muss ich aufpassen Bleibt doch mal heile hier Bleibt doch mal heile Bleibt doch mal heile Bleibt doch mal heile Bleibt doch mal Okay Wir brauchen Mit einer eigenen Dings Eigentlich eine Werkbank Dass ich nicht immer da hinlaufen muss Haben wir Holz Holz Wir brauchen Holz Schere Ich mache komische Geräusche Voll verstörend Pao 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 Au 64 Jo Das sollte erstmal Reiche Ich bin ja Acht Level Boah Nice Ich brauche einen Verzauberungstisch Das ist die Schöne Plattform Das ist die Schönste Plattform Die ich eigentlich In meinem Leben Gesehen habe Ich habe eigentlich Noch nie Was schöneres Erblicken dürfen In meinem Ganzen Leben Noch nie Na gut Außer Simons Gesicht Aber okay Das ist die Andere Sache Und noch ein Stück Und noch ein Stück Und noch ein Stück Ich habe Mich verbaut Da mache ich gerne Komische Geräusche Dann Einfach weil ich Da gefrustet bin Das Gute ist Ihr könnt einfach Keine Monsters bauen Selbst wenn Nacht ist Yeah Ich könnte im Prinzip Eh die Nacht Jedes Mal Überspringen Aber ich wollte Eigentlich ein bisschen Auch Bolster Nebenbei übertöten Weil ich natürlich Gerne Knochen und so Hätte Und die Hoffnung Dass die Zombies Vielleicht Nützliche Nützlichen Items Fallen lassen So und so Bab und bab und bab und bub Okay Die Plattform läuft Langsam an Ich habe was bewegen gehört Keine Ahnung Ich habe jetzt aber keinen Bock Die Tiere da hinten auch zu retten Ich habe besseres zu tun Ja Es ist irgendwann von hinten Einfach ein Creeper kommt Und man Das letzte Geräusch Was ich höre ist Dann Das würde mich irgendwie traurig machen Ich würde weinen Eigentlich Man verrate das bitte Keine mehr Wir brauchen einfach viel mehr Stein Das wäre voll geil Wenn das Stein Nicht immer wieder Einfach verschwinden würde Ähm Also wegen der Lava Aber das kann man halt nicht bestimmen Wo das das hinfällt Leider Bau schnell ab Ich kriege hier echt gleich Irgendwann Irgendwann kriegt man hier einen Rappel Ich träume nachts mittlerweile von Steinen Also ich Wirklich Ich träume nachts von Steinen Ja Und das ist kein schöner Traum Ich hätte gerne eine Diamantspitzsacke Die wäre wirklich voll cool Ohne Scheiß jetzt Die wäre wirklich cool Jetzt Wurde ich mir das überlegen Warum sind da so viele Steine weggefloppt Man weiß es nicht Ich habe gleich 64 Aber 69 wäre mir lieber Ich bin so lustig Ich bin einfach ein lustiger Kerl Ich brauche leider wieder eine neue So Zack 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 Wieder ein paar Steinen Okay Gleich muss ich die Folge beenden In den Bolt Schon spät Leute Schon spät Ja wir können auch nachts hier bauen Wir brauchen da keine Angst zu haben Schließlich spawnen hier keine Monster mehr Denn Wie gesagt Distrikt 137 Ist eine sichere Zone Fuck Dort entsteht meine Burg Eigentlich ist Distrikt 137 mehr an den Film Distrikt 9 angelegt Nicht an Tribute von Panem Und 137 hat auch eine Bedeutung Eine total Simple Bedeutung Also wirklich eine simple Bedeutung Was das ist Verrate ich nicht Könnt ihr selber herausfinden So schwer ist das nicht herauszufinden Man bräuchte nur ein bisschen Grips Naja so viel Grips braucht man gar nicht Ich meine Sogar ich bin drauf gekommen Aber Immerhin ist das schön ruhig Mit der Musik im Hintergrund Die Plattform vervollständigen Das ist wunderschön Das macht uns Auf jeden Fall Mit der Musik Würde ich jetzt gerne in Kampf mich stürzen Ich glaube das mache ich im nächsten Part Da stürze ich mich dann in den Monster Kampf Mit der Musik im Hintergrund Soll ich noch für Musik so Welche ist das Ach die da Cool Was da was kommt da Okay Ich beende aber dir jetzt auch schon den Part Wir sehen uns im nächsten Part wieder Ja, bis dann und tüüüüüüüüüüü.